Hallo, hier ist der Martin von Money Mankeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 10.02.2020 und unser DAX war nicht artig zum Freitag. Unser DAX hat sich ein bisschen unten rausfallen lassen, konnte erstmal nicht weiterhalten den Kaufdruck und hat sich nach dem Totsch im Tagesschart so nach unten gedrückt. Relativ unschuldig hat er sich gezeigt, hat sich immer wieder ein bisschen zurückgefangen, ist hier ziemlich derb auf unserem alten Trend. Quasi umhergetappelt, den hat er einmal, zweimal berührt, hier immer wieder nach oben, sogar zu den NFP, zu den Non-Farm-Paywalls, dann nochmal oben auf die 13.530 zurückgekommen. Wir hatten grundsätzlich gesagt, unter 13.530 wäre jetzt eben auch ein Short-Trigger letztendlich zu setzen, weil unser DAX dann tendenziell schon hier unten in dem Bereich um 4.85 hat man glaube ich gesagt, 4.85, 4.50 rum da fallen kann. Dem ist er erstmal nachgekommen, hat in dem Sinne eigentlich schön den Trigger verwandelt letztendlich. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir weiterkommen. Oft ist es ja so, dass unser DAX zum Montag nochmal ein bisschen nach oben rauszuckt. Ich würde ihm deswegen auch so sagen, dass der, also ich glaube, dass ich die Entscheidung bis zu 39 hinziehen kann, wie er jetzt zum Montag noch verlaufen wird. Es wäre denkbar, dass wir hier vielleicht sogar nochmal ein bisschen nach oben reinkommen, dass wir nochmal ein bisschen hochzucken. Und vielleicht so, das reicht sogar schon hier so an die 5.7 dran, an die 5.10, da oben an das Band. Und dass wir dann doch nochmal ein bisschen zackiger nach unten gedrückt werden, was dann durchaus so 4.30 nochmal werden kann. Und die 4.30, 4.100, das wird dann eine echte Bewerbungsprobe, denn hier muss sich der DAX beweisen, ob er dann wieder nach oben gedreht bekommt. Oder vielleicht gar vorher schon sich richtig nach oben durchdrückt. Aber da würde ich ein bisschen mehr Abstand nehmen. Da würde ich so sagen, oberhalb von 5.80. Oberhalb von 5.80 würde ich sagen, wird der Markt wieder deutlich positiver. Sollte er zum Montag schon so hoch kommen, sollte man dann davon ausgehen, dass der sich hier Stück für Stück noch weiter hochwühlen kann. Das Allzeithoch bei 6.40 hat ja noch gefehlt. Das könnte man dann anschlagen, dass er da einfach mal dran haut, dann von dort zurück und dann weiter hoch Richtung 7.40. 13.740. Das wäre auch schön, das wäre auch eine schöne Route. Grundsätzlich ist es so, wir wissen nicht, was kommt. Wir maßen uns auch nicht an, zu wissen, was kommt. Wichtig ist nur, dass wir eben so ein bisschen die Ecken und Enden ausloten, an denen eine Reaktion halt einfach wahrscheinlich wird. Und in dem Moment haben wir einen technischen Vorteil gegenüber all denen, die eben nur emotional handeln und können damit mit höheren Wahrscheinlichkeiten eben hier für uns arbeiten. Und ein solches Niveau ist halt hier um die 4.30, 4.100 rum. Das ist eine schöne Supportzone, da haben wir hier mal so eine lange Kerze reingestellt und dann ganz schön zur Seite geschoben. Da ist einiges an Orders dann auch hin und her gegangen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier raus schon deutlicher nach oben zucken. Sollte der tiefer gehen und da würde ich schon fast auch mit einem Trigger arbeiten wollen, ist dann mein nächstes Ziel allerdings erst bei 13.330. 13.330, das wäre dann mein nächstes Ziel. Das ist nämlich eine super interessante Zone hier um die 3.300 herum. 13.330, 13.300 wäre schon denkbar, dass er dann nochmal schön reagiert. Und ansonsten müsste man tatsächlich dann hier auch einen tieferen Bereich nochmal mitnehmen. Also insbesondere vielleicht hier die 2.30, die ist auch super nett. 2.30, 2.100, das wird dann hier ein bisschen enger. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er hier aus dem Bereich nach oben gezuckt kommt. Wir können den auch mal hier, ich glaube 1.90 so tief muss der gar nicht. So langsam wie der jetzt hier anfällt, muss der gar nicht so tief. Und alles was hier tiefer geht, würde ich dann schon echt sagen, Obacht, weil wir haben hier noch ein offenes Gap, hier noch ein offenes Gap. Wenn der sich nicht auf der langen grünen Kerze gefangen und wieder hochgedreht kriegt, glaube ich schon, dass wir deutlicher nach unten wegkippen können. Deswegen nehmen wir das einfach mal mit hin. Wir haben hier zwei schöne Supportzonen. Die spannen sich so von 13.330 bis, sagen wir mal, 13.230. Ist recht weit gegriffen. Tendenziell würde ich schon sagen, unterhalb von 400, 13.400 haben wir dann erst mal Abwärtsrisiko. Bis in diese beiden Zonen. Und bis es soweit ist, kann ich mir vorstellen, dass wir hier noch ein bisschen rumtrödeln. Und ansonsten oberhalb wäre für mich jetzt erst die 13.580 wieder wichtig. Geht ja da drüber, glaube ich schon, dass wir dann hier Stück für Stück eben noch weiterarbeiten. Das muss nicht gleich direkt zum Montag sein. Es kann aber, also wäre jetzt nicht untypisch, wenn der Markt zum Montag da einfach ein bisschen eskaliert. Das kann er ganz gerne oben wie unten. Ein bisschen überraschen halt auch. Schauen wir mal. Bisher haben wir nur einen Pullback von oben auf den Trend gesehen. Drückt er sich jetzt zu weit hier nach oben. Ich gehe dann davon aus, dass er sich dann Richtung 13.47 schiebt. Sollte er zurückfallen. Wie gesagt, die 4.30 hier noch ganz interessant. Und geht er tiefer? Dann auch so. Das ist schon eine echt knackige Zone hier. Also hier auf die, das ist glaube ich schon, 13.300, 13.230. Das ist recht weit gegriffen auf der Zeiteinheit. Aber ich meine, wenn er sich hier gut gefangen kriegt, schafft er ja auch nochmal bis da hoch. Und wahrscheinlich noch weiter. Also das ist schon eine schöne, 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 schöne Zone. Schauen wir uns mal an, wie ihr zum Montag kommt. Ich hoffe nicht, dass es gleich versaut und hier direkt oben rausspringt. Die Wochenendindikation ist ja doch ein bisschen schwächer. Schauen wir mal, wie es dann 8 Uhr aussieht, 9 Uhr aussieht. Und ja, ansonsten haben wir im Tagesschart das Doji gehabt. Hatten gesagt, da wäre es jetzt noch interessant, wie jetzt die nächste Kerze kommt. Hatten auch mal durchgesprochen, was wäre, wenn er unter 5.15 den Tag erst eröffnet. So gesehen müssen wir schon sagen, der ist eingedreht. Wir hätten jetzt hier noch bei 3.90 das mittlere Tagesband. Und dann eben hier den Bereich um 2.30 sogar, den wir schon vorher als Rücklauf anvisiert hatten. Als der Dachs noch nicht so weit oben rausgeschnellt ist. Das wäre jetzt hier von oben eine gute Supportzone. Allerdings 2.30. Und die 3.90 aus dem Tagesschart. Ansonsten würde ich auch hier sagen, ist jetzt erstmal noch nichts verkehrt. Da ist durchaus denkbar, dass da noch was kommen kann. Die Kerzen, die sind noch nicht zu brutal, noch nicht zu krass. Und wenn er sich hier jetzt wieder auftritt nach der roten Kerze, wenn es schon am Montag eine grüne dahinter gibt, eigentlich muss man dann schon fast long mit. Und auch hier eine 14.000 anpeilen. Sollte jetzt noch eine rote kommen, dann die vielleicht noch abwarten, dass man hier, wenn man auf Tagesschart eben arbeiten will, dass man vielleicht abwartet. Du wirst dann da jetzt hier noch grüne Kerzen wieder reindrehen und dann kann man da auch nochmal versuchen long zu gehen. Dann einfach unter dem grünen Kerzenkörper dann absichern, beziehungsweise unter der kompletten grünen Kerze dann absichern. Und dann ist, glaube ich, nach oben auch noch was drin, wenn er denn mitspielt. Ansonsten hier aktuell Rücklauf im Gange, Storastik überkauft, läuft jetzt hier zurück. Ich denke, da ist noch, also auf der, so wie das aussieht, wäre da jetzt hier auch noch Platz für was daneben. Das kann durchaus auch nochmal ein Doji werden oder was, was einen längeren Docht hat auf jeden Fall an der Kerze. 93 sieht interessant aus. Und darunter, muss man sagen, auf Tagesebene dann schon eher Richtung 13.200 runter. Oder, ne, dazwischen ist, das sieht nicht belastbar aus. Ich meine, wir haben hier noch einen, naja, naja, ich, das, wir nehmen das, wir grenzen das ab. Tagesschart, erstmal eine Umkehr intakt jetzt hier, ne, auf das Doji hat der Markt, auf die Unsicherheitskerze hat der Markt verkauft. Ne, wäre jetzt auch zum Montag nicht undenkbar, dass dann noch eine rote folgt. Das können wir hier mitnehmen, sprich hier, Tagesschart bieten sich Longchancen an, wenn die Kerzen wieder grün werden. und den Rest können wir uns hier auf kleineren Zeiteinheiten holen, über die Stunde zum Beispiel, in der wir das hier abstecken, über 5.80 und eben den neuen Tiefs, die 4.30, 4.100, unten die 3.30 bis 3.100 und dann der schicke Bereich hier auch um die 2.30 rum. Gut, dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschöö. Ja, bis jetzt!